Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Thomas. Mit dem heutigen Video möchte ich mich bei euch mit einem kleinen Abo-Gewinnspiel mal wieder bedanken. Hauen wir einfach mal das Intro raus und dann geht's auch schon los. Viel Spaß! Am 20. September 2020 war es dann soweit. Der Kanal hat 250 Abonnenten erreicht. Gestartet sind wir vor 6 Monaten, also am 1. März 2020 und insgesamt habe ich bis hierher 39 Videos hochgeladen und jeden Samstag kommt weiterhin ein weiteres für euch hinzu. Als ich das Video hier abgedreht hatte, waren es gerade knapp 20.500 Aufrufe und knapp 1300 Stunden Wiedergabezeit. Na da hat sich aber in den letzten Wochen ganz schön wieder etwas getan. Ohne euch wäre das nicht möglich. Und genau aus diesem Grund möchte ich euch einfach mal mit einem kleinen Gewinnspiel Danke sagen. Bei dem Gewinn handelt es sich um einen Gutschein von 30 Euro in meinem Online-Shop Grappelkeller.com. Um bei der Verlosung mitzumachen, müsst ihr nur einen Kommentar mit dem Hashtag Grappelkeller unter diesem Video hinterlassen. Schreibt mir doch optional bitte mal, welches Video ihr euch noch wünscht bzw. was ihr gerne noch auf diesem Kanal sehen wollt. Das Gewinnspiel beginnt heute am 3. Oktober 2020 um 13.30 Uhr und endet am 17. Oktober um 12 Uhr. Die Auflösung des Gewinnspiels findet am 18. Oktober wieder hier auf meinem Kanal statt. Der Gewinnerkommentar wird per Zufallsgenerator ausgewählt und ich informiere den Gewinner zeitnah mittels eines öffentlichen Kommentars und in der Videobeschreibung des übernächsten Videos, also am 18. Oktober. Die genauen Teilnahmenbedingungen findest du auch nochmal unter dem Video in der Videobeschreibung. Bitte lest euch diese sorgfältig durch, bevor ihr teilnehmt. Ich wünsche euch viel Glück bei dem Gewinnspiel, freue mich auf weitere tolle Momente mit euch hier auf YouTube und was soll ich sagen, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Video. Ciao. Euer Thomas von Grappelkeller.com